Es geht am Angelsee. Was ist da los? Scheiss Wind, der irritiert voll. Natürlich wird ein Fluss hinten dran. Hinten ist noch ein See. Noch weitere Angelteiche. Da ist noch einer. Vorsteig. Schauen, was geht. Wieder reinziehen. Der Schwimmer bewegt sich. Durch den Wind. Oder durch den Fisch. Das werden wir gleich merken. Na ja. Sitzen und abwarten. Das ist jetzt so. Fun. Dack. So. Das ist immer wieder. Na ja. Dann. Vielen Dank.